Herzlich Willkommen zu Angelesen, dem Buchjournal des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr. Heute stellen wir das Buch von Tim Bouverie mit Hitler reden, der Weg vom Appeasement zum Zweiten Weltkrieg vor. Es erschien 2021 im Verlag Rowold. Nachdem die Nationalsozialisten 1933 ihre Beteiligung an der Reichsregierung erreicht hatten, schalteten sie ihre Gegner und ihre Steigbügelhalter aus und etablierten binnen weniger Monate ihre Diktatur. Mit einem veränderten, aggressiveren Ansatz deutscher Außenpolitik war zu rechnen. Wie sollte das europäische Ausland mit Deutschlands neuen Herren umgehen? Großbritannien und Frankreich hatten schon vor Hitlers sogenannter Machtergreifung gegenüber Deutschland unterschiedliche Auffassungen vertreten. Frankreich hatte im Ersten Weltkrieg immense Schäden durch die deutsche Besatzung französischen Territoriums hinnehmen müssen. Angesichts dieser Erfahrung musste man an einer dauerhaften Einhegung und Niederhaltung des demografisch erheblich größeren östlichen Nachbarn interessiert sein. Auf den britischen Inseln hingegen mehrten sich bald nach dem Weltkrieg die Stimmen, die einer nachsichtigeren Behandlung Deutschlands das Wort redeten. Dem lag die Annahme zugrunde, nur so lasse sich Deutschland in eine Friedensordnung in Europa einbinden. Die massive Gewalt, die sich in Deutschland in den ersten Monaten des NS-Regimes abspielte, sorgte auch bei vielen Briten für Abscheu. Doch sie prägte die britische Wahrnehmung nicht dauerhaft. Spätestens im Laufe des Jahres 1934 war klar, dass Hitler fest im Sattel saß. Wollte man auf eine internationale Verständigung hinwirken, schien es pragmatisch, sein Regime nicht als Paria zu betrachten. In Großbritannien waren selbst moderate Linke der Meinung, dass man versuchen sollte, eine Form der Verständigung mit diesem Regime zu finden. Zunächst setzte die britische Regierung auf die in Genf laufenden internationalen Abrüstungsgespräche. Man versuchte, Deutschland, das sich im November 1933 aus diesem Verhandlungsformat zurückgezogen hatte, zum Wiedereinstieg zu bewegen. Dies stieß auf Unverständnis in Frankreich. Hier sah man die schnell und stark steigenden deutschen Rüstungsausgaben mit großer Sorge. 1934 zog sich auch Frankreich vom Genfer Verhandlungstisch zurück. Unabsichtlich bewirkte Paris dadurch eine wachsende Bereitschaft Londons zu bilateraler Verständigung mit Berlin. Zwar beteiligte sich Großbritannien im April 1935 an der sogenannten Front von Stresa. In der norditalienischen Kleinstadt bekräftigten Großbritannien, Frankreich und Italien feierlich die Gültigkeit des Vertrags von Locarno. Der war zehn Jahre zuvor abgeschlossen worden und schrieb die Unverletzlichkeit der Grenzen in Westeuropa fest. Doch wenige Wochen später folgte der Abschluss eines deutsch-britischen Flottenabkommens. Japan hatte die vereinbarten Seerüstungsbeschränkungen für den Pazifik aufgekündigt. London wollte große maritime Rüstungsanstrengungen gegen Japan und Deutschland vermeiden. Das Abkommen legte fest, dass der Umfang der deutschen Seestreitmacht 35% des Umfangs der britischen nicht überschreiten dürfe. Diese Bestimmung war unvereinbar mit dem Versailler Vertrag. Eine der großen alliierten Siegermächte des Weltkriegs setzte sich über den Versailler Vertrag hinweg. Das damit ausgesendete Signal war unmissverständlich. Für London hatten die eigenen Interessen Vorrang vor dem Einsatz für kollektive Sicherheit. So konnten Hitler und Mussolini sich zur aggressiven Verfolgung ihrer außenpolitischen Ziele ermuntert fühlen. 1936 brach der eine den Versailler Vertrag, indem er das entmilitarisierte Rheinland besetzte. Der andere überzog Äthiopien mit einem brutalen Kolonialkrieg. Beide engagierten sich umfangreich im spanischen Bürgerkrieg auf Seiten des putschenden Generals Franco. Großbritannien sah wegen all dem keinen Handlungsbedarf. 1937 versenkte ein italienisches U-Boot vor der spanischen Küste ein britisches Handelsschiff. London sprach lieber von unidentifizierbarer Piraterie als eigenes militärisches Engagement in Betracht zu ziehen. Im November 1937 gelangte der konservative Abgeordnete Neville Chamberlain ins Amt des Premierministers. Der 68-Jährige war bisher Finanzminister und vor Beginn seiner politischen Laufbahn erfolgreicher Geschäftsmann gewesen. Unter seiner Regierung begann die Appeasement-Politik im engeren Sinne. Was zuvor eine reaktive und wenig stringente Politik war, wandelte sich in eine aktive Strategie. Optimistisch setzten Chamberlain und seine Anhänger auf den guten Willen, auf britischer wie auf deutscher Seite. Einerseits verfing hier die deutsche Propaganda, die auf Beteuerung von Friedensliebe eingestellt war. Andererseits schien manches am praktischen Handeln der Regierung Hitler, die Glaubhaftigkeit dieser Propaganda zu untermauern. Im Januar 1934 war auf deutschen Vorschlag hin mit Polen ein Nicht-Angriffs-Vertrag mit einer Laufzeit von zehn Jahren geschlossen worden. Auch das schon erwähnte, für Großbritannien sehr hilfreiche Flottenabkommen, ging auf Hitlers Initiative zurück. Wer wollte, konnte diese Indizien zum Anlass nehmen zu glauben, man habe es bei Hitler mit einem zugänglichen, zur Verständigung bereiten Staatsmann zu tun. Völlig unumstritten war Chamberlains Ansatz nicht. Sein prominentester parteiinterner Gegenspieler war Winston Churchill. Er hatte seit 1933 ständig auf die Kriegspläne der neuen deutschen Führung hingewiesen und eine Forcierung der Verteidigungsanstrengungen angemahnt. Doch ließ sich nicht übersehen, dass Churchill eine Minderheitenposition vertrat. Chamberlain hatte für seine Haltung Gründe. Das Land erholte sich gerade erst von der Weltwirtschaftskrise. Chamberlain wollte keine Störung der wirtschaftlichen Entwicklung riskieren. Deshalb lehnte er es ab, riesige Summen aus dem zivilen Sektor in den Verteidigungshaushalt umzuschichten. Vor allem aber sah er richtig, dass das britische Volk psychologisch nicht auf einen Krieg vorbereitet war. Die schreckliche Erfahrung des Ersten Weltkriegs war den Zeitgenossen noch sehr präsent. Immer wieder rief Chamberlain seinen Landsleuten das Grauen des Weltkriegs detailreich in Erinnerung. Er betonte seine Überzeugung, im Krieg gebe es keine Sieger, sondern nur Verlierer. Damit sprach er Millionen Briten aus der Seele. Hitler beteuerte, er strebe nichts weiter an als die Zusammenfassung aller deutschen Siedlungsgebiete Mitteleuropas in einem gemeinsamen Staat. Dieses Ansinnen schien nicht verwerflich. Es ließ sich mit dem in den Versailler Friedensverhandlungen etablierten Grundsatz des Selbstbestimmungsrechts der Völker begründen. Sowohl in Österreich als auch in den mehrheitlich deutsch besiedelten Gebieten der Tschechoslowakei befürwortete eine Mehrheit die staatsrechtliche Vereinigung mit Deutschland. Sollte Großbritannien ein weiteres Gemetzel wie 1914-18 riskieren, um diese Entwicklung zu unterbinden? Für Chamberlain kam das nicht in Frage. Gegen den Anschluss Österreichs im März 1938 hatte der britische Außenminister Lord Halifax zwar beim deutschen Botschafter von Ribbentrop protestiert, Gegenstand der Kritik war aber nicht der Anschluss an sich. Lediglich die mit Gewaltandrohungen Hitlers verbundene Art seiner Umsetzung erregte Halifax Missfallen. So verschwand Österreich von der Landkarte. Die Mehrheit der britischen öffentlichen Meinung hielt das für weder unmoralisch noch eine Bedrohung für britische Interessen. Winston Churchill war nicht der Einzige, der im Gegensatz zu Chamberlain damit rechnete, dass Hitler sehr viel weitergehende Ziele verfolgte, als er vorgab. Auch US-Präsident Roosevelt gaben die Entwicklungen in Europa Anlass zur Besorgnis. Da die amerikanische Bevölkerung ganz überwiegend noch isolationistisch eingestellt war, konnte Roosevelt aber nur äußerst vorsichtig agieren. Anfang 1938 hatte er in London vorfühlen lassen, ob die Regierung seiner Majestät bereit sei, eine internationale Konferenz zu unterstützen. Die leitende Idee dieser Konferenz war, durch einen entsprechenden Verteilungsschlüssel den diktatorisch regierten Staaten einen angemessenen Anteil an den weltweiten Vorkommen wichtiger Rohstoffe zu sichern. Im Gegenzug sollten diese sich verbindlich zur Abrüstung und Rüstungskontrolle verpflichten. Roosevelt machte deutlich, er werde diesen Vorschlag nur im Fall britischer Zustimmung öffentlich machen. Chamberlain hatte diese Idee sofort zurückgewiesen. Hätte Roosevelts Konferenz stattgefunden, hätte sie wohl nur äußerst geringe Aussicht auf Erfolg gehabt. Unabhängig davon ist Chamberlains Reaktion bezeichnend. Offenbar war er von den Erfolgschancen seines eigenen Politikansatzes sehr fest überzeugt. Irgendwelche anderen Ansätze in Betracht zu ziehen, schien ihm abwegig zu sein. Im Mai 1938 begann Hitler, die Tschechoslowakei massiv unter Druck zu setzen. Die sudetendeutschen Siedlungsgebiete im Westen Tschechiens sollten dem Reich angegliedert werden. Auch in dieser Sache hatte es für Chamberlain höchste Priorität, einen großen europäischen Krieg zu verhindern. Hingegen war es ihm, wie er in einem privaten Brief schrieb, piepegal, ob die sudetendeutschen nun zum Reich gehören oder nicht. Er schlug Hitler ein Treffen vor. Dieser akzeptierte und die Zusammenkunft fand am 15. September 1938 auf Hitlers Berghof bei Berchtesgaden statt. Unmittelbar zuvor hatte der französische Regierungschef Daladier angeregt, auch an dem Treffen teilzunehmen. Chamberlain hatte diesen Vorschlag ignoriert. Er fürchtete, die Haltung Frankreichs werde eine friedliche Beilegung der Krise erschweren. In der Unterredung versicherte Hitler, es gehe ihm ausschließlich um die sudetendeutschen. Er habe nicht die Absicht, dem Reich tschechische Siedlungsgebiete einzuverleiben. Chamberlain notierte nach dem Gespräch, nach seinem Eindruck sei Hitler ein Mann, auf den man sich verlassen kann, wenn er sein Wort gegeben hat. Der Premierminister kehrte zur Beratung nach London zurück, nachdem ein weiteres Treffen vereinbart worden war. Das Kabinett stimmte der entgegenkommenden Linie Chamberlains zu. Auch der französische Ministerpräsident Daladier tat dies. Chamberlain hatte ihm zugesichert, dass nach Abtrennung der sudetendeutschen Gebiete Großbritannien gemeinsam mit Frankreich eine Sicherheitsgarantie für die Tschechoslowakei übernehmen würde. Beim zweiten deutsch-britischen Treffen am 22. September in Bad Godesberg wurden Unstimmigkeiten bezüglich des Zeitplans ausgeräumt. Hitler setzte durch, dass die sudetendeutschen Gebiete ab 1. Oktober von deutschen Truppen besetzt werden sollten. Bei der bekannten Konferenz in München am 29. September brauchte nichts mehr ausgehandelt zu werden. Sie war, wie Bouverie zu Recht schreibt, lediglich ein feierliches Zeremoniell, eine Veranstaltung, die allen Beteiligten helfen sollte, das Gesicht zu wahren. Neben Hitler und Chamberlain setzten Daladier und Mussolini ihre Unterschrift unter das Münchner Abkommen. Die Tschechoslowakei stand allein. Ohne Unterstützung durch die westlichen Großmächte, ohne auch nur mit am Tisch zu sitzen, musste sie den Vorgang dulden. Sie wurde eines erheblichen Teils ihres Territoriums beraubt. Gegen einen möglichen weiteren deutschen Zugriff war sie nun weitgehend schutzlos. Alle ihre militärischen Befestigungsanlagen lagen in den Gebieten, die an Deutschland fielen. Der Jubel, mit dem die Massen den heimkehrenden Chamberlain in London empfingen, war nicht inszeniert. Ganz allgemein überwog Erleichterung über den scheinbar gesicherten Frieden. Diese Erleichterung war nicht von langer Dauer. Das Pogrom vom 9. November 1938, bei dem hunderte deutsche Juden ermordet wurden, ließ Deutschlands Ansehen in der angelsächsischen Welt auf einen Tiefpunkt sinken. Ende 1938 gab in Meinungsumfragen eine große Mehrheit der Briten an, Hitlers Behauptung, er habe nun keine weiteren territorialen Forderungen, keinen Glauben zu schenken. Endgültig als Illusion entlarvt war die Appeasement-Politik, als sie Wehrmacht im März 1939 das noch verbliebene Territorium der Tschechoslowakei besetzte. Die britische und die französische Regierung reagierten darauf, indem sie eine Beistandsverpflichtung für Polen abgaben. Das deutsch-polnische Verhältnis hatte sich eingetrübt. Nicht ohne Grund rechnete man in London und Paris mit der Möglichkeit, dass Hitlers Aggression sich als nächstes gegen Warschau richten werde. Mit der Beistandsverpflichtung verärgerte man allerdings die Sowjetunion. Stalin glaubte, Hitler solle damit animiert werden, statt Polen, die baltischen Länder anzugreifen. Diese betrachtete Stalin als Teil der sowjetischen Einflusssphäre. Er argwöhnte, die Westmächte wollten auf diese Weise einen deutsch-sowjetischen Krieg provozieren. Die eben anlaufenden Verhandlungen über ein mögliches Bündnis zwischen Großbritannien, Frankreich und der Sowjetunion standen somit unter keinem guten Stern. Sie endeten im Misserfolg. Stattdessen zog Stalin im August 1939 die Verständigung mit Deutschland vor, dass ihm in einer geheimen Teilungsvereinbarung reiche Beute in Polen in Aussicht stellte. Am 1. September folgte der deutsche Überfall auf Polen. Selbst jetzt klammerte sich Chamberlain noch an die Vorstellung, ein großer europäischer Krieg lasse sich vermeiden. Am 2. September erklärte er im Unterhaus, man sei zur Teilnahme an einer internationalen Konferenz bereit. Auf dieser von Mussolini ins Spiel gebrachten Konferenz könnte man nach Regelungen der deutsch-polnischen Streitfragen suchen, wenn Deutschland zuvor seine Truppen aus Polen zurückziehe. Mit diesem Vorschlag stieß er angesichts der Ereignisse auch in den eigenen Reihen auf Unverständnis. Die konservative Fraktion drängte ihn zur Kriegserklärung an Deutschland, die am 3. September erfolgte. In seinem Fazit stellt Bovary mit Recht fest, dass es schwierig ist, für das Handeln der Appeasement-Befürworter mildernde Umstände in Anschlag zu bringen. Es bleibt Chamberlain anzulassen, dass er seinen deutschen Verhandlungspartner völlig falsch einschätzte. Der in der Wolle gefärbte Geschäftsmann nahm an, außen- und weltpolitische Fragen seien nach dem Muster geschäftlicher Verhandlungen in kaufmännischer Kompromisskultur lösbar. Zu spät ging ihm auf, dass er bei Hitler nicht mit seinesgleichen zu tun hatte. In Hitlers Weltbild ließ Entgegenkommen sich nur als Zeichen von Schwäche verstehen. Die entgegenkommende Haltung Großbritanniens und Frankreichs bestärkte ihn in seiner aggressiven Außenpolitik. 1939 kommentierte er das Abkommen vom Vorjahr mit den Worten »Unsere Gegner sind kleine Würmchen. Ich sah sie in München.« Das einprägsamste Bild zur Beschreibung der Appeasement-Politik fand seinerzeit der konservative Abgeordnete Hugh Cecil. Er meinte, Appeasement-Politik bedeute, einem Krokodil den Kopf zu kraulen, in der Hoffnung, dass es schnurren wird. Geschichte wiederholt sich nicht. Das heißt freilich nicht, dass man nichts aus ihr lernen könnte. Wer fest zur Aggression entschlossen, lässt sich durch freundliches Entgegenkommen nicht beschwichtigen. Das sollte jeder verstanden haben, der sich die von Bouverie anschaulich dargestellten Vorgänge von 1938-39 vor Augen führt. Da ist es schon erstaunlich, dass auch heutzutage Plädoyers für weitgehendes Entgegenkommen gegenüber Aggressoren zu hören sind. Gerade in Deutschland fordert eine Reihe mehr oder weniger prominenter Zeitgenossen beharrlich, der Westen möge die Waffendieferungen an die Ukraine einstellen. Stattdessen möge man doch Russland entgegenkommen. Man möge doch bitte, bitte endlich mit Präsident Putin über einen Waffenstillstand verhandeln. Diesen Zeitgenossen möchte man ein besseres Urteilsvermögen wünschen. Denn eins ist sicher. Auch dieses Krokodil wird nicht schnurren. Das war Angelesen, das Buchjournal des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr. Heute stellten wir das Buch von Tim Bouverie mit Hitler reden, der Weg vom Appeasement zum Zweiten Weltkrieg vor. Text Christoph Kuhl, Gelesen von Christoph Jan Longen ich sage es mir wissen, die Krokodil ist mit der Krokodil Es geht um ihn mit dem Krokodil. Es geht um eine Krokodil, dass er in den Krokodil ist mit der Krokodil